Warnung vor starkem Gewitter in Mainz. Die Wetterdienste haben für die Stadt Mainz eine eindringliche Warnung vor einem schweren Gewitter herausgegeben. Der Deutsche Wetterdienst DWD erwartet eine rasche Verschlechterung des Wetters in den kommenden Stunden. Seit dem frühen Morgen ist eine hohe Luftfeuchtigkeit spürbar und die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von über 30 Grad Celsius. Die Wettersituation kann zu starken Sturmböen, heftigem Regen und sogar Hagel führen. Es wird den Bürgerinnen und Bürgern geraten, sich auf extreme Wetterbedingungen einzustellen und Vorkehrungen zu treffen. Details der Warnung? Laut Angaben des DWD sind im Zeitraum von heute Nachmittag bis in die späten Abendstunden schwere Gewitter zu erwarten. In ihrer Warnung stufen die Meteorologen die bevorstehenden Wetterverhältnisse als Unwetterwarnung Stufe 2 ein, was auf erhebliche Gefahren hinweist. Sturmböen können Geschwindigkeiten von bis zu 100 kmh erreichen und die Menge des erwarteten Regenfalls kann lokal bis zu 50 Liter pro Quadratmeter betragen. Vorbereitungen der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung Mainz hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung zu schützen. Der örtliche Katastrophenschutz ist in Alarmbereitschaft versetzt worden und steht in engem Kontakt mit den Rettungsdiensten. Auch die Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime sind angewiesen worden, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung. Die Meteorologen und Behörden haben einige grundlegende Empfehlungen für die Bürger herausgegeben, um die Sicherheit während des Gewitters zu gewährleisten. Zunächst sollte man unbedingt im Haus bleiben und offene Fenster und Türen schließen. Ebenso wird empfohlen, alle losen Gegenstände im Freien zu sichern, da diese durch die starken Winde zu gefährlichen Geschossen werden können. Sollten die Wetterbedingungen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, wird dringend davon abgeraten, das Auto zu benutzen. Bei Notfällen steht die Rufnummer der Feuerwehr 112 zur Verfügung. Wir appellieren an die Vernunft der Bevölkerung, sämtliche nicht notwendigen Fahrten oder Aktivitäten im Freien zu vermeiden, betonte Schuster erneut. Die Geschichte ähnlicher Wetterbedingungen Mainz hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit schweren Gewittern zu kämpfen gehabt. Besonders in Erinnerung bleibt der Sommer 2016, als ein schweres Unwetter weite Teile der Stadt unter Wasser setzte und erhebliche Schäden verursachte. Damals erreichten die Regenmengen ebenfalls Spitzenwerte und es kam zu zahlreichen Überflutungen und Verkehrsunfällen. Glücklicherweise blieb es damals bei Sackschäden und es wurden keine schwerwiegenden Personenschäden gemeldet. Passengers are kindly asked to inform themselves before their journey and consider alternative means of transportation if necessary. Collaboration with neighboring cities. Due to the regional extent of the weather phenomenon, the city administrations of Mainz and the surrounding municipalities are in close communication. In particular, Wiesbaden in Darmstadt are also affected by the warnings and have taken similar measures. Die überregionale Zusammenarbeit soll insbesondere bei Rettungs- und Notfallsszenarien die Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Die kommenden Stunden werden zeigen, wie sich das Wetter entwickelt und welche zusätzlichen Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden müssen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die getroffenen Vorkehrungen ausreichen sollten, um die Bevölkerung vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen. Autorin Anita Farke, Dienstag 18.